herzlich willkommen zu einer neuen folge von production line in der letzten folge haben wir hier noch einen weiteren export dran gebaut inklusive einer teilstrecke der produktion denn nach hier oben heraus man sieht es hat sich das sehr stark aufgestaut und hier kann man nicht mehr hinterher so dass wir jetzt hier nach der bremsen montage rausgehen und dort eine neue linie gezogen haben die mittlerweile auch schon zu langsam ist sehe ich gerade hier staut sich nämlich auf ich muss noch ein bisschen auf unser geld aufpassen wir produzieren gerade sehr teuer was haben wir denn alles hier drin stehen das sind alles die block modelle momentan läuft unser cash ein bisschen in keller das ist nicht so schön kann ich denn jetzt muss sich jetzt werde ich denn jetzt hier verbessern jawohl ja weil was hat er denn waiting for resources der wartet auf sitze okay frage ist machen wir jetzt hier eine zweite linie hin oder holen uns die einzelteile denn wenn hier stau ist werden sie ja nach oben weg gebracht also müssen wir da eigentlich ganz gut mit hinkommen das heißt um kosten zu senken würde ich dann ganz gerne hier jetzt die produktion der einzelkomponenten anstoßen wie zum beispiel fitz das heißt in der hoffnung dass das dementsprechend ja man merkt schon da hat die grafik engine bisschen zu knabbern so das kann ich mir jetzt hier mal so drüber setzen ich brauche es nur noch anschließen und habe jetzt eingebettet direkt an der produktion an der montagestelle das heißt hier werden jetzt gleich die stahl klumpen auftauchen da sind sie eben so das leder und sehr schön kann ich auch jetzt machen alubody das sind ja noch die letzten geschichten die wir sind hat schauen wir an das können wir erst erforschen wenn wir mix data motor manufacturer haben er können wir die nicht rein bekommen okay dann ziehen wir noch mal den spoiler mit rein body denkt stelle ich gleich um so und den kann ich jetzt hier sagen prefer local das ist jetzt ganz praktisch der ist hier rund eingebettet das heißt die wege sind für die sitze nicht sehr lang die kommen von hier rüber gesetzt werden mehr oder weniger so wir können jetzt hier vorne noch wandert jetzt relativ weit in früh in der produktionslinie fit body shell da ist es doch alubody und fit body shell der kommt auch rein zack jetzt müssen wir das natürlich noch eben die modelle einpflegen ist kommen kommt also für alle rein ich war kaum geld für ein basic lassen wir haben immer noch einen kleinen aufpreis auf alle fahrzeuge drauf das ist gar nicht so ganz schlecht verkaufen tun wir noch alle im moment wir haben jetzt gerade die blocks ein bisschen günstiger gemacht das heißt das verschwindet alles ich muss nur zu sehen dass die fahrzeuge auch alle rausgehen von denen sind es noch ein paar wenig wir haben von den basics haben 163 wir sollten zu sehen dass wir von denen paar mehr produzieren und auch verkaufen das heißt ich schaue mal eben wie haben wir denn hier die momentane auslastung da machen wir noch einen von das heißt den nehmen wir mal raus und ziehen uns den compi 2 hier rein mit drei modellen und das lassen wir auch so die sedans die haben wir hier oben drin change ja da ist er drin mit drei da ist der compi mit zwei mit zwei der block mit zwei da machen wir auch zwei von naja geht schon einiges raus da sind die das sind die basics ok man sieht sie an der dach geschichte das sind die die kleinen und das sind die wo ist er jetzt da ist der kleine compi basic und der andere schon da raus naja gut 1,5 million anscheinend geht es wieder ein bisschen hoch das ist gut sitze waren sehr teuer das hatte ich ja schon gesehen so hier machen wir türen um das hier ein bisschen besser zu beliefern das geht ja so leidlich was haben wir denn hier der wartet nie auf neue der braucht aber 3,55 das heißt wir müssten jede zweite linie dran setzen um dort ja um das ein bisschen zu beschleunigen nützt ja nix das müsste hier irgendwo sein wie gesagt man merkt jetzt wenn ich das raus nehme dann fängt er doch ein bisschen sehr ans ruckeln da kann ich leider nichts dran machen im moment setzen wir mal so gut die liefert jetzt nur hier hin das ist aber gerade gar nicht so ganz schlimm würde ich mal sagen panoramic sunroof und roof okay das ist ja jetzt auch immer abhängig welches modell hier dran vorbeiläuft das heißt wir müssten hier die dachproduktion eventuell noch hinsetzen das heißt das haben wir jetzt auch noch mal erhöht eventuell dann halt schauen hinten raus was man da noch machen muss da müsste ich dann aber eventuell die linie einmal rausziehen was nicht geht weil hier kein fabrikslot platz ist das ist natürlich unschön ich könnte mir nebenbei auch noch mal wieder eine dingstation gönnen denn wir benötigen mehr strom als wir herstellen facilities ist das power plant high power output schlumpf mit erweiterung effizienz ist alles drin und schon sind wir wieder im grünen bereich die 30.000 können nicht mehr 30 60 kostet das ding 76 800 ok ja die sind wir bald über den spoiler sind wir schon bei 95 so ganz viel ist es nicht mehr es kommen jetzt noch die produktionsstätten dazu und eine gimmick sache sozusagen erwartet immer noch auf ressourcen auf was wartet der denn ja wir haben na gut dann machen wir jetzt folgendes wir werden hier einen stockpile hinsetzen ja super bei fit trunk kommt das ok alloy wheels der ist angeschlossen und jetzt machen wir copyforms nehmen machen wir nicht der wartet auf die alarms halten müssen da oben stehen nö steht nicht auf den falschen so so mal gucken wie sich das auswirkt herstellen können wir die ja nicht ähm zack halt moment warte mal door panel wieso habe ich da nicht für local drin stehen habe ich das vergessen jawohl da wäre es auch eine verbesserung ähm wenn man das machen könnte dass moment man das für alle einstellen könnte also wahlweise für alle einstellen ist ein bisschen weniger klickarbeit so hier liegen jetzt genug alarmanlagen rum eigenartigerweise wird trotzdem von dort geholt ach ne doch nicht die kommen jetzt unten an sehr gut ähm hier produzieren wir noch nicht genug das heißt es sind nämlich keine auf lager unter umständen sollte man da noch eine weitere produktionsstätte sich hinsetzen um die türversorgung sicherzustellen warum der jetzt insuffizienz ressources sagt weil der braucht eigentlich nur ähm metallblöcke das kommt schon ganz gut hin so wie sieht es hier oben aus ähm der hat keine sitze auf lager das ist aber jetzt gerade nicht wirklich schlimm hier staut sich es auf und zwar ist das genau die station make fitseeds ok was ist es denn waiting for resources ok mit 30% das ist schlecht ähm hat er denn ist alles drin das heißt predictive wird genommen das passt ähm worauf wartet der sitze leder warten warum wettet der auf leder achso weil er die selber einbaut ok das heißt wir müssten hier noch eine sitzproduktion her zaubern ähm würde ich dann einfach mal so anschließen schön erstaunlich dass er jetzt auf einmal beim setzen der ähm neuen plätze ähm anfängt zu stottern aber gut was ist hier los nix ist los nix ist los na ok gut ähm brauchen wir nicht so da bin ich mal gespannt hier stehen jetzt zwei sitze drei sitze das sollte dann dazu führen dass der nicht mehr so lange auf ähm ressourcen wartet weil leder müsste der jetzt theoretisch gar nicht mehr benötigen sofern halt die sitze nicht ausgegangen sind ja er holt trotzdem noch was rein ok ähm weil achso leder interior ok alles klar ähm da wird ja mehr als nur die sitze mit leder gemacht ist ja irgendwie so eine mittelkonsole und all sowas ist dann mit leder bezogen ähm dann ist das logisch dass er das noch holt so das ist auf prefer local ok ähm wir könnten die servus noch nach da oben ziehen hier als produktionsstätte obwohl da braucht er immer nur einen momentan tatsächlich wartet er auf leder selber ok naja schauen wir mal so dann äh werden wir uns mal nach hier oben begeben in die paradiesischen begebenheiten der all der schwede lackierstationen wobei momentan die gebremst werden durch die trocknung ne anscheinend ja das heißt wir sollten da oben noch eine weitere uns neben setzen ähm komm her drei finish und dann kommt natürlich die politur dahinter ähm die politur sag ich schon polierstation das ist ja schnell gemacht ähm resource convey aber auch natürlich nicht dann noch eben die upgrades da rein power drying so da bin ich ja mal gespannt wie schnell sind die denn jetzt überhaupt ähm zehn minuten ok momentan sind wir eigentlich nur dabei das heißt nur sind wir dabei die ähm abläufe zu optimieren was wahrscheinlich irgendwann mal dazu führen wird äh die gesamte fabrik umzubauen dafür müsste ich aber ein bisschen mehr cash auf der tisch haben denn wenn ich alles abreiße und neu baue das kostet ja auch einen haufe kohle und ähm ja gut wir haben den vorteil sag ich jetzt mal ähm wir haben ja hier unten die linie raus noch bestehen das heißt diesen gesamten bereich hier oben könnte ich theoretisch ähm umstrukturieren umbauen schwierig wird es hier bei diesem mittelbereich normalerweise hätte ich eventuell hier die rausziehen sollen hier quer rüber führen und dann diesen bereich komplett separieren sollen separieren 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 ähm gut wer stört sich denn hier noch äh wer staut denn noch das macht hier doch gar keinen sinn im moment ne ja jetzt sehe ich es auch selber da sind gar keine drei roboter dran gewesen beziehungsweise vier äh achso predictive ist das okay hätte ich gar nicht machen brauchen ähm ähm dort ebenfalls wir können hier noch einen haufen roboter heransetzen ich nehme predictive aber mit rein ist egal ob man es braucht oder nicht ähm soll mir jetzt nicht so ganz das genick brechen hoffe ich mal ähm das ist natürlich klar wenn es hier dann zu wenig roboter gibt das ist da gestaut äh da sind vier dran da sind vier dran ähm und hier ebenfalls äh okay gut haben wir übersehen ähm ich schau die mal durch die müsste ich alle gemacht haben ne jo so dann gehen wir nochmal hier oben schauen ob da alles jetzt aufs Maximum gebaut ist sieht danach aus ähm der hat keine ahnung was für probleme es werden überall servomotoren gebraucht sehe ich gerade das ist natürlich interessant für die selbstproduktion später ähm hier fehlt noch der pollenfilter das erforschen wir gerade alloy wheels okay die kriegen wir vielleicht sogar heute noch hin und dann haben wir es fast alles durch dann fehlt nur noch ein bisschen produktionsstätte und dann können wir die gesamte forschung eliminieren ähm alloy wheels kommt hier hin ja ok es sind also drei stationen na bleibt weg so sitze hier liegen welche auf lager das war alter die werden sogar woanders für gebraucht achso die gehen nach oben ja klar unter umständen ok hier oben ne warum auch immer weil wir hier nur eine stehen haben das heißt wenn wir uns da noch eine von setzen sind wir oben auch ein bisschen besser ausgesorgt aber egal wenn er die intern verschiebt ist mir das auch ganz recht ähm und wie man sieht sind die sitze sehr weit nach unten gerauscht nämlich nach hier hin ähm weil die anderen sachen so teuer geworden sind da sind sie jetzt ähm in den letzten stunden haben wir nicht einen einzigen eingekauft yay wir haben die eigenproduktion eigenproduktionsquote erreicht das ist gut mhm zumindest für die eine stunde das ist dann sinn und speck der sache dass die hier quasi auf der linken seite alle nach und nach raus rutschen ja gerade sich da wieder zurück gesetzt ähm sodass wir dort dementsprechend die kosten einsparen bei den türen sind wir auf dem besten wege da haben wir jetzt gerade mal in den letzten stunden 59 importiert das heißt da werden wir eventuell noch mal einen dabei setzen das können wir auch eigentlich sofort machen ähm das war hier unten ne ja wie man sieht da stehen gerade nicht so besonders viele auf lager das heißt ich setze sie einfach hier unten dran ähm weil es so schön passt da muss ich mal schauen ob es da vielleicht ein paar schönere Layouts für gibt ähm die uns das Leben ein wenig erleichtern sooo wie sieht es denn jetzt aus was haben wir denn immer noch waiting for resources ähm oh schön ok wir können Make Wheels jetzt reinhauen ok und Existence Slots 3 Stück das ist sehr schön ähm Start Stop Engine kann ich noch nicht machen das heißt wir machen hier nochmal eben den Pollenfilter ähm dann muss ich erst auf der Processing Seite ein bisschen was machen das sind aber alles so Sachen die sind relativ schnell erforscht und dann haben wir die durch sehr gut das dauert noch 1,2,3 Folgen dann haben wir das ähm jetzt kann ich noch eben fix die Slots für die Dings hier nehmen Alloy Wheels zack und die dann in die Modelle eben einfliegen und dann sind wir auch schon ziemlich am Ende der Folge angekommen ähm zack so und das war glaube ich schon was ist das Common oder Universal ok die kriegen alle Alu Räder rein der hat kein Alu Body das ist eine Common Geschichte die liegt bei 84 Dollar das ist ja mal gar nichts für ein Alu Body äh das ist ja schlau so dementsprechend müssten auch unsere Absätze ein wenig hoch gehen ähm achso ok Universal Sunroof dafür haben wir das Panoramadach drin sehr gut sehr gut wir können natürlich jetzt von diesen ähm anderen Modellen auch ähm Standardmodelle bauen wäre auch noch eine Möglichkeit aber ich möchte lieber erstmal alles reinziehen was es gibt und dann eventuell später mal Unterscheidungen machen das sieht gut aus wir produzieren mehr Sitze als wir benötigen das wird uns die Kosten ein wenig runterziehen den hoffe ich mal und hier der Export der ist schon zu langsam geworden ähm da kann ich noch einen Export dran setzen bzw. wir hatten hier oben noch einen ist vielleicht sinnvoller kann ich hier Ausschleusung dahin bringen das machen wir heute auch nochmal Export zack Q-Check zack Conveyor zack und der kriegt noch die Updates rein so nicht dass wir uns dann ausbremsen sehr schön haben wir das nochmal eben einen weiteren Slot dabei um die Fahrzeuge zu verkaufen sehr gut Geld kommt wieder so langsam rein Stromverbrauch eine ganze Menge da schauen wir mal wenn wir die Forschung bekommen wie es damit aussieht was ist das hier eigentlich ein interessantes Computerteil gut dann würde ich mal sagen vielen Dank fürs zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Production Line bis dann tschau verse Untertitelung des ZDF für funk, 2017